Und wenn ich meinen Immortal Proc gehe, kriege ich nochmal 15% Ja, das ist halt absolut frech Nice, what? Muss ich halt den Turret weg, nicht dass wir gleich diese Turret Agro haben Oh nein, der wird uns den Weg abschneiden Oh, er ist AFK Ja Ach, die scheiße, Alter Ach, ich wollte eigentlich Steals Oh je